Flügel verleihen hat auch was mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen in Zukunft zu tun. Das muss auch so sein, dass die Zuschauer hier, die, die nicht kommen, müssen sagen, wir haben was verpasst. Wir können planen und tun und machen, was wir wollen. Wir müssen jetzt erst mal aus der vierten Liga rauskommen, denn erst dann kommt eine richtige Dynamik in die Geschichte. Ich habe mir vor vier Jahren das vorgestellt, als ich zum ersten Mal hier auf dem Marktplatz stand, wie es sein würde, wenn der Tag X tatsächlich käme. Und heute ist der Tag und ich bin unglaublich stolz. Ich fühle mich selber wirklich jetzt auch hier in dieser Stadt richtig zu Hause und heute sind wir wirklich alle zusammen in Leipzig. Zweite Liga von Schönen! Zweite Liga von Schönen! Zeit für uns zu gehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020